Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Vincent von Freaky Finance und meinen Blog findest du im Internet unter www.freakyfinance.net. Heute möchte ich mit dir zurückschauen auf den Januar und möchte mit dir meinen Einnahmenreport für diesen Monat durchgehen. Es sind über 11.000 Euro zusammengekommen, die ich neben meinem Job vereinnahmen konnte und wie sich diese aufgliedern, möchte ich dir in diesem Video zeigen. Wenn du meinen Blog schon länger verfolgst, dann weißt du, dass zu jedem Monatsbeginn dann erst mal direkt das Depot-Update des Vormonats erscheint. Hier zum Beispiel aktuell jetzt das Depot-Update für den Januar 2020, wo ich dann auf meine Bewegung rund um die Aktien und die Börse eingehe. Also hier zum Beispiel die Dividendeneinnahmen des Januars, die Käufe und Verkäufe in meinen Aktiendepots und meine Einnahmen aus dem Optionshandel. Ein paar Tage später folgt dann immer der Monatsabschluss für den Monat und darin reporte ich dann auch alle anderen Einnahmen, die ich neben meiner Vollzeitbeschäftigung erzielen konnte und dann gibt es unten eine Aufstellung, was insgesamt für den Vormonat zusammengekommen ist. In diesem neuen YouTube-Format möchte ich dann beide Blog-Formate sozusagen zusammenfassen und einmal durch meine Finanzen des Vormonats durchgehen und meine Einnahmen aus den verschiedenen Einnahmequellen aufzeigen. Im Blog gibt es ja immer noch rundherum viele weitere Informationen, auch viel Persönliches über mein Leben, über den Blog etc. Hier in dem Video-Format würde ich mich dann zukünftig auf die reinen Finanzen beschränken und eben die beiden Formate kombinieren, sodass wir hier über Zahlen und Einnahmen aus meinen verschiedenen Nebentätigkeiten reden. So, dann lasst uns mal durch meinen finanziellen Januar fliegen und schauen, was in den verschiedenen Kategorien bzw. Nebeneinnahmenkategorien rumgekommen ist, wie sich das aufgegliedert hat und was das Endergebnis ist. So, dann schauen wir hier ganz kurz auf die Aktienkäufe im Januar, die ich aber eigentlich gar nicht vertiefen möchte. Wer sich das genauer anschauen möchte, ist herzlich eingeladen, einmal in den entsprechenden Blog-Artikel reinzuklicken. Das ist wie gesagt hier das Depot-Update für den Januar 2020. Ich konnte drei neue Werte in meinem Depot willkommen heißen, nee sogar vier. Hier sind die ersten drei, die mir ins große Optionsdepot eingebucht wurden, denn am letzten Handelstag im Januar, dann gab es auf breiter Front fallende Kurse und einige meiner Optionsstreiks, also bei meinem verkauften Putz, wurden gerissen sozusagen nach unten und entsprechend habe ich zum Strike-Preis dann hier diese folgenden vier Aktien eingebucht bekommen. Ich habe CVS Health wieder zurückbekommen ins Depot. Ich habe 3M erhalten, habe jetzt 300 Stück 3M im Depot, was ein bisschen viel ist, aber wie es da weitergehen kann und soll, steht hier auch im Artikel. Zudem ein neuer Wert in meinem Depot, Konoco Philips, verkaufe ich schon sehr lange Putz drauf, in der Hoffnung, dass sie irgendwann mal eingebucht werden. Jetzt ist es soweit und im kleinen Depot, was ich zu Anschauungszwecken für meine Optionshändler, also meine Anfänger im Bereich Optionshandel mal eröffnet habe, um zu zeigen, was man mit einem kleinen 5.000 Euro Depot im Bereich Optionshandel anstellen kann. In das Depot wurde mir iRobit eingebucht und da habe ich ein bisschen gepennt. Ich hätte die Position an dem Verfallstag optimal rollen können, aber hier steht es, ich war da wohl, was das angeht, ein bisschen im Winterschlaf. So wurde mir die Aktie eingebucht. Dann habe ich überlegt, wie ich die schnell wieder loswerde, weil A ist es nicht meine Traumaktie. Ich möchte sie nicht im Depot halten und schon gar nicht im kleinen Depot, was eben eigentlich rein für Optionsprämien gedacht ist, um Optionsprämien zu generieren und ein bisschen Anschauungsmaterial für die Einsteigergemeinde zu haben. Ich habe dann ein tolles Video dazu gedreht, wie ich damit jetzt umgegangen bin mit der Einbuchung von iRobit. Und das verlinke ich dir gerne hier in der Infobox. Kannst du dir anschauen, wie ich mit dieser ungewollten Einbuchung umgegangen bin und wie ich im Endeffekt diese 100 Aktien profitabel wieder losgeworden bin? Ja, das gerne in dem Video näher anschauen. Ja, hier ist es auch eingeblendet. Ich packe es auch in die Infobox. So, in dem Zusammenhang jetzt vielleicht wichtiger für den Einnahmereport Januar sind die Aktienverkäufe ebenfalls über den Optionshandel, sprich über einen Covered Call mit Strike 215 Dollar, wurden mir 100 Facebook-Aktien ausgebucht aus dem Depot. Sie haben also mein Depot verlassen und ich konnte hier einen Gewinn von 1658 Euro mitnehmen. Ich habe die auch über den Optionshandel eingebucht bekommen vor etwa 18 Monaten im Rahmen von schlechten Quartalszahlen. Zumindest wurden die schlecht aufgenommen. Da ist Facebook damals auch unter meinen Streik gerasselt und somit hatte ich dann diese 100 Facebook-Aktien im Depot. Nun sind sie wieder raus mit einem hübschen Gewinn. Dann kommen wir direkt zu den Dividendeneinnahmen im Januar. Im Blogartikel gibt es dann immer diese Aufstellung in Tabellenform, welche ETFs, welche Aktien, welche Fonds, welche ETNs etc. hier ausgeschüttet haben. Das sieht man dann hier aufgestellt und man sieht, welchen Einstandspreis ich mal bezahlt habe, wie hoch die vereinnahmte Bruttodividende war. Man sieht meine persönliche Dividendenrendite eben bezogen auf meinen Einstandspreis. Und zusammengekommen im Januar sind eben 523,93 Euro. Wie gesagt, immer brutto und das muss dann eben noch oder wird dann automatisch versteuert, aber nicht überall. Einige Werte habe ich eben im Banks Depot. Dort wird nicht automatisch versteuert. Deswegen gebe ich hier alle Bruttoeinnahmen an und muss dann eben teilweise selbst mich darum kümmern, um die Versteuerung von einigen Werten. Andere werden automatisch versteuert. In den anderen üblichen Comdirect und Consors etc. Depots und Vista und so weiter. Welche Banken und Depots ich selber nutze, findest du auf meiner Empfehlungsseite. Da sind die alle aufgeführt. Hier die Konten und die ganzen Depots. Hier Trade Republic und Vista, Comdirect, Consors, irgendeine Diva etc. Also einfach hinschauen auf die Empfehlungsseite. Da gibt es hier oben auch mit einem Klick ist man da. Meine Empfehlung für dich, wen das interessiert, über welche Broker und Banken und Depots ich da handele, schaut hier hin. Dann kommt hier im Blogartikel immer eine schöne Grafik, in der man sieht, wie sich das über die Jahre alles entwickelt hat. Hier verschiedene Farben für verschiedene Jahre. Man kann diese Grafik auch vergrößern. Dann sieht man mehr. Und zwar die blauen Balken repräsentieren die Ergebnisse oder die Dividendeneinnahmen aus dem Jahr 2017. Orangefarbene sind dann eben entsprechend aus 2018. Die grauen Balken aus 2019. Und die gelben, hier gibt es erst einen, weil wir erst den Januar um haben. Das ist dann eben der Januar 2020. Hier sieht man auch immer eine gewisse Steigerung. Das kann sich über die Monate auch mal ein bisschen anders darstellen. Aber es gibt noch eine weitere schönere Grafik hier. Da sieht man dann die Entwicklung auf Jahresbasis. Das heißt, wir haben hier so eine sehr schöne Treppe 2017, 2018, 2019. Und 2020 ist natürlich noch recht klein hier unten. Gerade erst noch am Wachsen, erst einen Monat um. Aber hier kann man eben schön sehen, dass sich das innerhalb von zwei Jahren im Prinzip, also von 2017 zu 2019, haben sich meine Dividendeneinnahmen im Prinzip verdoppelt. Von 7600 auf über 15.000. Genau. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht hier mit den Dividenden in 2020. Ich hatte ja in meinem Jahresrückblick, beziehungsweise auch, da habe ich auch die Ziele für das aktuelle Jahr genannt. Und da kannst du mal reinschauen, verlinke ich dir auch oben in der Infobox. Kannst du mal reinschauen, was ich mir denn hier fürs neue Jahr vorgenommen habe, also für 2020. Dann gibt es immer eine schöne Auswertung vom Dividendenkalender ProPlus von Krawattenlos, den ich ja nutze. Den habe ich auch mal vorgestellt in einem Extra-Blog-Artikel. Die haben auch gerade ein brandneues Update. Das ist jetzt vom Design her noch viel schicker geworden, viel mehr Funktionen etc. Mein Artikel damals beschreibt noch die alte Version, die ja schon toll war. Ja, um das kurz zu machen, also hier habe ich dann eine Dividendenprognose sozusagen. Kann ich auch mal groß machen. Bezogen allerdings rein und nur auf mein Einzelaktiendepot. Fonds, ETFs und so weiter kann man hier nicht berücksichtigen. Es ist eben ein Dividendentool, es nennt sich ja Dividendenprognose und eben auch Dividendenkalender ProPlus. Also es geht um Dividendenwerte, wobei auch einige Einzelaktien dort, ja, die kann man berücksichtigen, obwohl sie keine Dividende ausschütten. Aber so ein Wert wie Facebook und so, den kann man dann trotzdem mit eintragen, auch wenn er keine Dividende ausschüttet. Aber was wir jetzt hier anschauen wollen, ist eben, oder was wir hier sehen, sind die Dividenden über die Monate verteilt, rein aus den Einzelaktien. Hier sieht man immer den Peak, wenn die deutschen Werte ausschütten oder die europäischen, die das nur einmal im Jahr tun. Das beilt sich ja immer so ein bisschen im Frühjahr und der Rest sind dann eben Monatszahler und Quartalszahler aus den USA. Ein paar europäische gibt es auch. Worauf ich hinaus will, alleine aus meinen Einzelaktien werde ich so, denn die Depotzusammenstellung so bleibt, wie sie aktuell ist. Was anderes kann ja der Rechner nicht berücksichtigen. Also wenn mein Depot so bleibt, wie es jetzt ist, würde ich im Jahr 2020 allein aus den Einzelaktien über 14.000 Euro brutto an Dividenden vereinnahmen. Dazu kommen dann natürlich eben noch die Ausschüttung aus meinen Fonds, ETFs und aus meinem Hochdividenden, ETN Moral, die sich jetzt auch umbenennen. Ist ein interessanter Wert, wenn wir hier oben nochmal reingucken in die Ausschüttung. Also ist ein Monatszahler auf hier Jahresbasis, schütten die um die 20% Dividenden aus. Also innerhalb von 5 Jahren hat man seinen Einsatz im Prinzip über Dividenden wieder raus. Und ja, der Kurs muss man dann eben gucken, wenn er nicht zu stark fällt, dann hat man eben nach ein paar Jahren das Investment wieder raus. Aber ist natürlich auch hoch spekulativ, das nur am Rande. Ja, dann kommen wir hier zum Optionshandel, beziehungsweise zu den Einnahmen aus dem Optionshandel. Und hier führe ich dann immer quasi jeden Trade auf, den ich in dem Vormonat gemacht habe, in Form von dieser Tabelle. Und entscheidend ist hier immer die Spalte realisierter Gewinn und Verlust. Dafür steht G und V, steht für Gewinn und Verlust. In der Spalte steht dann halt für jeden einzelnen Trade drin, was ich damit verdient habe. Oder eben nicht verdient habe. Also auch das Minus wird hier aufgeführt. Und ganz unten ist dann zusammengefasst quasi das Ergebnis auf Monatsbasis. Einmal in Dollar, hier diese 825,18. Und umgerechnet in Euro 744,51 habe ich US-Optionsprämien im Januar im großen Depot verdient. Und ja, auf dieser Seite, also was jetzt US-Option heißt, das ist eben Aktien, ja US-Aktien, die in Dollar gehandelt werden. Die schütten eben auch ihre Prämien hier, werden in US-Dollar verrechnet. Und ich habe aber auch wieder einige Euro-Optionen auf deutsche Aktien gehandelt. Und die sind dann in der nächsten Liste drin. Das sieht man hier oben dann an diesem Euro. Bei der anderen Liste stand US-Dollar. Und auch hier ist eine schöne Summe zusammengekommen, nämlich 657,50 Euro. Hier braucht man nichts umrechnen, ist ja direkt in Euro. Und das ist das Ergebnis im großen Depot. Ich wurde auch schon öfter gefragt, wie man zu dieser Ansicht, zu dieser Liste kommt. Das ist dann in der Kontoverwaltung, Menü, Berichte, Aktivität und dort dann eine benutzerdefinierte Datumsspanne eingeben, wo man dann anwählen kann, was man sehen will. Und dann auf Transaktionen und dann kommt diese schöne Liste raus, die wir im Blog sehen. So, das waren die beiden Listen von meinem großen Depot. Also die US-Prämien, dann die Euro-Prämien und hier jetzt noch das gleiche quasi aus dem 5000-Euro-Starter-Depot. Auch hier habe ich ein paar Trades wieder gemacht. Die in US-Dollar haben dann eben umgerechnet 69,81 Euro eingebracht und die Euro-Trades im Januar im Kleindepot 45,50 Euro. Die Trades im Kleindepot kannst du ja auch in meinem Trading-Logbook nachschauen. Das ist dann hier www.freakyfinance.net Trading-Logbuch-Optionshandel oder einfach auf Blog, Optionshandel und meine Options-Trades. Und dann gibt es hier unten die Auflistung. Auch wird dann hier die Rendite angezeigt, die das kleine Depot eingespielt hat. Und dann eben hier jeder Trade mit den entsprechenden Einnahmen oder auch mal ein Minus dabei, wenn man sich verklickt hat. Darunter dann die eingebuchten Aktien, welchen Preis sie rein sind, welchen Preis raus, was dabei an Gewinn und Verlust rauskam. Und dann eben hier die Prämien seit Existenz, also seit Start dieses kleinen Depots. Im Januar habe ich dann also mit diesem kleinen Depot und mit 5300 tatsächlich eingesetzten Euronen. Also das ist das, was ich in das Depot bis dato eingezahlt hatte, habe ich 115,31 Euro an Prämien erzielt. Also das Brutto und übrigens vor Gebühren auch noch. Und insgesamt mit dem großen und dem kleinen Depot habe ich 1517 Euro an Prämien-Einnahmen erzielt. Und wenn wir unseren Aktiengewinn aus der Facebook-Ausbuchung noch dazu einrechnen, was ich immer mache. Weil diese Facebook-Aktien habe ich durch den Optionshandel eingebucht bekommen, damals vor 18 Monaten. Und sie sind mir durch den Optionshandel wieder ausgebucht worden. Also typische Wheel-Strategie sozusagen, also Short-Put und dann eingebucht worden und dann ständig Covered Calls drauf geschrieben. Und eben jetzt nach 18 Monaten und zwischendurch einen Haufen Prämien für die ganzen Calls, ist das Ganze dann mit einem schönen Gewinn rausgegangen. Also alles dem Optionshandel zu verdanken und somit komme ich auf Gesamteinnahmen aus dem Optionshandel im Januar in Höhe von 3.175,68 Euro. Das kann sich sehen lassen, das ist mein zweitbestes Optionsergebnis für einen Monat. Freue ich mich drüber, aber das sieht natürlich auch nicht jeden Monat so aus. Ich versuche im Prinzip 1% meiner Depotgröße pro Monat in Prämien zu generieren. Wollen wir mal schauen, wie sich das über das Jahr dann entwickelt. Auch hier gibt es eine schöne Übersicht, wie sich der Optionshandel bei mir entwickelt hat. Ich habe dann im Oktober 2017 mal ganz klein angefangen mit 26,74 Euro Prämie. Ich habe mich dann ein bisschen herangetastet an das Ganze. Es waren auch mal einige wenige. Ich sehe hier nur zwei Monate mit Minus und dafür war dann wieder der nächste Monat mit einem umso höheren Plus dabei. Also hier sieht man meine Einnahmen aus dem Optionshandel über die Jahre. Ich habe ja ganz lange auch hier nur mit einem 5.000 Euro Depot gehandelt. Die erste Einbuchung war nach über einem Dreivierteljahr, dann im Juli, wo ich dann diese Facebook-Aktien, das war die erste, die ich dann mal eingebucht bekommen hatte. Ja, wie gesagt, nach einem Dreivierteljahr. Und dann wurde das Depot auch erst größer. Heute hat es, hier steht noch 113.000 Euro, glaube ich. Genau, und inzwischen habe ich noch mal ein bisschen was nachgelegt. Also wächst ständig hier auch durch die Einnahmen und Aktiengewinne das Depot. Also, das zum Optionshandel. Ich sage ja immer, das ist die Königsklasse des Wertpapierhandels. Wer sich eh schon mit dem Aktienhandel oder mit der Börse beschäftigt, der wird hier innerhalb kürzester Zeit in die Materie des Optionshandels einsteigen. Man kann das sehr einfach halten, das Ganze. Das zeige ich ja hier im YouTube-Kanal sehr gerne für Einsteiger, für Anfänger, für Interessierte. Da habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, den Optionshandel einfach und mit einer relativ hohen Sicherheit, wie ich immer sage oder denke, meine Strategie hier vorzustellen. Und ja, das funktioniert bisher ganz gut. Wenn dich das auch interessiert, schau rein in die Playlist Optionshandel für Anfänger. Und wenn du Fragen hast, schreib mich gerne an, kommentiere die Videos und so weiter. Auch im Blog gibt es eine eigene Kategorie zum Optionshandel. Also ich denke, das ist für jeden, der an der Börse eh schon aktiv ist, eine tolle Sache. Man kann hier die Dividendenstrategie und den Optionshandel kombinieren und durch den Optionshandel noch einen wesentlich größeren, höheren Cashflow monatlich erzeugen als durch die Dividendeneinnahmen. Bei mir selber ist es so, dass ich ein 600.000 Euro Depot ungefähr habe, wo ich dann gute Dividendeneinnahmen mit habe. Die kannst du auch ja im Blog, wie gesagt, wie oben gezeigt, nachverfolgen. Aber mit meinem hier 100.000 Euro Depot, sage ich mal, gerundet, verdiene ich inzwischen jeden Monat mehr Optionsprämien als Dividenden. Also das ist mal so das Verhältnis. Und wen das interessiert, der schaut gerne rein oder schreibt mich an, besucht mich im Blog oder hier auf YouTube. Wenn du denn einsteigen willst, hier immer noch mein Hinweis auf das Angebot von Banks. Gehst du einfach auf bankstrading.de und im Rahmen der Depoteröffnung gibst du den Gutscheincode Freaky an der entsprechenden Stelle ein. Da gibt es ein Feld für und dann kannst du direkt mit vergünstigten Handelsgebühren starten. Ab 3.000 Euro Einlage kostet dann ein US-Kontrakt 3 statt 3,50 Euro, äh Dollar 50 und die Euro Option handelst du direkt für 1,80 statt der normalen 2 Euro. Also das auch nochmal in jeder Videobeschreibung, wie das funktioniert und was dann für Gebühren anliegen. Dann sparst du schon mal von Anfang an ein paar Gebühren. Soviel zum Depot-Update und im Monatsabschluss reporte ich dann auch meine Zinseinnahmen aus P2P-Krediten. Die siehst du hier in dieser Übersicht. Aufgeteilt nach jeder einzelnen P2P-Plattform, bei der ich aktiv bin, beziehungsweise wo ich noch Zinsrückflüsse erhalte. Insgesamt sind im Januar 722 Euro und 41 Euro Cent zusammengekommen. Auch wieder eine schöne Summe, ähm, ja, reine, äh, recht passive Zinseinnahmen aus P2P. Also es ist neben Dividenden dann tatsächlich so das, was ich als mit am passivsten empfinde. Ähm, ja, einfach mal die verschiedenen Plattformen anschauen, Auto-Investor einstellen und laufen lassen, ab und zu mal checken. Das ist eigentlich das, was da gemacht werden muss. Und bei mir kommen da eben, äh, 722 Euro im Januar zusammen. Ähm, ja genau. Im Juni bin ich wieder auf der P2P-Konferenz in Riga. Äh, vielleicht sieht man den einen oder anderen P2P-Interessierten. Wenn du dich da, äh, Tickets interessieren, kannst du hier über den Link im Blog dir, äh, dein Ticket sichern. Würde mich freuen, wenn wir uns dort sehen. Ähm, ja, dann zeige ich immer noch auf, wie sich mein Gesamtvermögen über die letzten zwölf Monate entwickelt hat. Ähm, im Januar ging es ein klein bisschen, äh, bergab. Ein Minus von 0,68 Prozent, ähm, im Vergleich zum Vormonat ist da aufgelaufen. Das ist nicht der Rede wert, ähm, also das tut nicht weh. Insgesamt sieht man hier eine schöne, äh, Entwicklung nach oben bei diesem, bei dieser Wasserstandsmeldung hier. Genau. Dann kommen noch die Blogeinnahmen dazu. Das waren im Januar über 3.000 Euro, 3.182 Euro und 30 Cent. Das sind hier auch immer, äh, äh, ja, Einnahmen nach Kosten, aber vor Steuern. Also ich reporte hier ganz bewusst den Betrag, der nach allen Kosten übrig bleibt. Die Einnahmen sind entsprechend höher, ähm, ähm, ja, von daher, äh, das, was übrig bleibt, aber noch versteuert werden muss, ist die Zahl, die ich hier zeige. Und dann kann man hier den, äh, ja, zusammengefassten Einnahmen-Report für den Januar sehen. Dividenden 523,93 Euro. Der Optionshandel schlägt mit 3.175,86 Cent. Ähm, hier rein P2P-Zinsen, wie oben gezeigt, 722,41 Euro. Die Blogeinnahmen mit 3.182,30 Euro. Dann kommen noch meine Einnahmen, äh, äh, oder, äh, ja, Mieteinnahmen aus Wohnungen, äh, das ist hier tatsächlich mal ein recht schlechter Wert. Also ich habe sehr unzuverlässige Mieter teilweise, äh, meine Mieteinnahmen auf Monatsbasis schwanken erstaunlich hoch. Man sollte ja meinen, äh, die Miete ist ja jeden Monat gleich, dem ist natürlich auch so. Allerdings, äh, reporte ich auch hier nach Kosten und vor Steuern. Das heißt, nur die Miete, die wirklich angekommen ist in dem Monat. Und dann hat man ja natürlich auch, ähm, Ausgaben im Zusammenhang, äh, mit der Vermietung. Also das, was wirklich in meiner Tasche oder auf meinem Konto übrig bleibt, ist die Zahl, die hier steht. Ähm, also auch wenn da jetzt mal einer eine neue Duschkabine bekommt, dann ziehe ich das schon ab. Also wie gesagt, nach Kosten heißt eben, dass das hier die Zahl ist, die nach allen Unkosten im Zusammenhang mit der, äh, Vermietung übrig bleibt, hier, ähm, genannt wird. Und das aber eben noch vor Steuern, weil das kommt dann ja erst in der Steuererklärung, äh, die Versteuerung. Ja, denn Transportervermietung, das gleiche, äh, Nachkosten und, und Brutto eben, äh, das hat im Januar 971,77 Euro eingebracht. Dabei war wieder bei einem der Transporter ein Schaden, äh, der jetzt erstmal nicht repariert wurde, weil er nicht, äh, ja, fahrrelevant ist sozusagen. Und schöner werden die, äh, guten Teile eh nicht mehr, sodass wir inzwischen fast, äh, mehr über die Schäden, die die Mieter verursachen, hier einnehmen, als über die Vermietung, ähm, an sich. Also die Transportervermietung, äh, ist ja zweigeteilt, äh, einer ist mein eigener, privater, den ich dann eben auch, äh, vermiete und den anderen, äh, habe ich mit einem Kumpel zusammen angeschafft für die Vermietung. Und die laufen auch, äh, ja, immer mal unterschiedlich gut, äh, ja, wie auch immer, ähm, ähm, in letzter Zeit gibt es eben verhäuft, äh, häufiger Schäden. Und die tragen dann tatsächlich ein bisschen zu den, äh, Einnahmen mit bei. Das mindert natürlich im Gegenzug den Fahrzeugwert, aber zum Beispiel mein Alter ist ja schon komplett abgeschrieben. Der, äh, hat, äh, sich allein durch die Vermietung in Frankreich schon refinanziert. Und jeden Euro, den der jetzt, äh, durch Vermietung oder durch Schäden einbringt, das ist quasi 1 zu 1 plus. Also klar hat der auch ein paar Unterhaltskosten, Steuern, Versicherung, äh, oder mal einen Ölwechsel. Aber die Karre hätte ich sowieso, weil ich damit auch immer Urlaub mache, weil ich auch gar kein anderes Auto oder gar kein anderes Fahrzeug im Moment mehr habe. Und wenn ich mal was transportieren muss oder irgendwie auf ein Auto angewiesen bin, dann greife ich doch auch mal auf den selber zurück. Also es ist ganz gute, äh, ja, Lösung, äh, aus Eigennutz und Vermietung. Dann sind noch ein paar Zinsen hier aus, äh, Immobilien, Crowdinvesting, äh, aufgelaufen. Das ist ja auch, äh, immer ganz verschieden. Zum Beispiel Bergfirst schüttelt zweimal im Jahr aus. Andere Plattformen eben nur, ähm, ähm, ja, am, am Projektende. Und so ist das dann hier auch immer unterschiedlich, viel oder wenig. Der Rest, ähm, speist sich hier aus Zinsen, Prämien, Boni und kleineren Einnahmen, die ich hier nicht, ähm, ja, Euro für Euro aufführen will. Deswegen fasse ich das hier zusammen mit 271,66 Euro. Und somit, ähm, belief sich mein Januar, mein finanzieller Januar, äh, in Summe auf 11.110 Euro und 37 Cent. Das ist doch ein amtliches Ergebnis, über das ich mich sehr freue. Ähm, ja, im letzten Jahr hatte ich ja durchschnittlich 7.686 Euro, äh, an Nebeneinnahmen pro Monat. Und dieses Jahr will ich dann mal, äh, die 100.000 Grenze überschreiten. Nachdem es in 2019, ähm, ähm, ja, zu 92.000 Euro Einnahmen neben dem Job gekommen ist. So, der Anfang ist gemacht mit einem starken Januar. Ich bin gespannt, wie es weitergeht in den nächsten Monaten. Äh, dieses Format, äh, also Einnahmenreport vom Vormonat gibt's dann jetzt hier auf YouTube ab sofort auch immer jeden Monat frisch für den Monat von davor. Damit du zukünftig kein Video mehr auf Freaky Finance verpasst, empfehle ich dir hier, in der Desktop-Variante, unterhalb des Videos, neben dem Abonnieren-Button, diese Glocke zu aktivieren. Dann wirst du, ähm, immer automatisch benachrichtigt, wenn ein neues Video auf Freaky Finance Online geht. Die gleiche Glocke findest du auch in der Handy-App und auch dort, ähm, kannst du die, äh, Benachrichtigung einschalten. Ich würde mich freuen, wenn du meinen Kanal abonniert hast und die Glocke aktiviert hast und wünsche dir viel Spaß mit den weiteren Videos. Schreib du mir doch bitte einfach mal in die Kommentare, wie du das neue Format hier findest, also den Einnahmenreport für den Vormonat. Ich verlinke dir auch in der Videobeschreibung die beiden Artikel, die beiden Blogartikel, aus denen sich dieser Einnahmenreport speist, also das Depot-Update und den Monatsabschluss, verlinke ich dir hier, falls du das nochmal in Textform nachlesen möchtest und nachvollziehen möchtest. Ich freue mich über Anregungen und Feedback, wie ich dieses Format noch interessanter und noch besser für dich machen könnte. Schreib es mir, wie gesagt, gerne in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich, falls du es noch nicht getan hast, wenn du diesen, äh, YouTube-Kanal hier abonnierst. Da wird gleich auch ein, äh, Abonnier-Button ein, äh, reinfahren hier, äh, in das Bild. Und, ähm, du kannst eben, wie schon kurz eben erklärt, die Glocke aktivieren, damit du keine Videos mehr verpasst. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.